Moin! Hallo! Jetzt rasier ich mir erstmal meine Klatten! Ja, ist ja auch schon richtig lang geworden wie da, ey! Hä? Geht's auf? Geht da umgeladen, das Scheißdinger! Mann! Das kracht mich an die Scheiße! Ich muss meine Klatten rasieren hier! Was ist denn hier beteiligt? Oh, du! Was? Ja, helf mich doch mal hier! Scheiß Lutsche-Brandschiene! Geh auf die Kacki! Hier! Das ist... Dreckig! Ich hab gedacht, das muss ich hier mal nicht! Scheiß! Wie soll ich denn meine Klatten muss dagegen? Ich brauche... Ich bin... Oh Gott, ja! Krieg meine Klatten ab! Ja! Was ist denn die Scheiße hier? Vergesst du die hier noch ab? Wie bitte? Vergesst du die hier noch ab? Ey, vergesst du die hier noch ab? Mach! Die Scheiße! Mach! Hast du hier noch irgendwie ne Lutschmaschine? Wo ist meine Klatten? Oder die? Ja, die Maschinen hab ich nicht, also auch. Meine Klatten? Auf den zu bin ich noch nicht aufgesprungen. So! Ja, das heißt du meinst, dass ich hier die... ...kromischen Speckschwatter versierde? Ja! Das kann ich gerne machen! Die muss ab! Scheiße! Das kann nicht sein ja! Also bei einer Luftkarte, die ist bei mir verkehrt! Dann mach die Dinge ab hier! Das flippe ich aus! Es reicht! Ich kann nicht mehr! Ja! Ich mach meine Haare und da... Die Klatten sind schon wieder 20 Meter lang! Ein bisschen viel ist das an sie! Ich hab schon 9 Millimeter! Ja! Und hab mehr aufgerühren als du! Ich koche gleich! Wann ist denn der Spiegel fertig? Da sind nix alle richtige Profi Lutschmaschine! Fertig? Das sieht doch mal richtig geil aus, ey! Die Mettelte richtig alles runter! Ja, ich muss sie noch ein bisschen schaffen! Bei der Mettler, der will mich heute... ...demnächst noch auf... ...auf ein Konzert! Ja, aber das Problem ist, alles geht mit der Haare-Schneidermaschine auch nicht runter! Alter, grobe... Nettelfrenzi und Rock unter dem Eischen ist demnächst wieder! So Mettler, bis jetzt zufrieden? Ich fühl mich schon besser! Ich fühl mich besser! Ich könnte abdrehen jetzt mal! Wenn meine scheiß Lutschmaschinen nicht hinhauen! Diese scheiß Drehen mit diesen Dreckmaschinen! Nichts funktioniert hier in diesen scheiß Mettelladen! Ich kann davon ja auch nicht wüsste ich das aber... Ich geh ja an die Decke! Dass ich diese scheiß Dreckmaschinen hasse! Diese anderen Lutschmaschinen, die nicht funktionieren! So! Der Rest muss man natürlich mit der Nassgrasur! So! Und wir sehen uns gleich wieder! Ja! Naja! Als letztes müssen wir jetzt die Nassgrasur! Ja! Jetzt sind endlich klar! Und jetzt mach ich weiter hier! Die Scheiße! Das ist doch nicht mehr normal! Wenn man hier die Scheiße... Du weißt schon, dass da ein Rasierpinsel liegt, oder? Oh! Scheiße! Das auch noch! Das kann ich sein hier! Gib mal die Rasierpinsel her! Gib mal kurz! Na geht schon! Mach ich da hier... Abhine! Hast du wenig drauf! Spitz mal! Das musst du auch richtig schmetteln hier! Und dann brauch ich das bloß mir selber nachher noch abschne... Ratschen! Und dann ist es halt weg! Diese olle Lutschkacke hier! Ich brauch... Ich bin schon am Überlegen hier fast abzudrehen wegen so ne Scheiß Krackmaschine, weil die versagt hat! Ich hab die aufgeladen erst! Was ist denn da für Scheiß?! Kann ich wohl noch ein Spiel? Dann kannst du besser gucken! Ja! Ich bin nicht gestern! Du hast ihn doch quasi über den Mitbruch zu tun! Ja! Ja! Halt mal doch fest! Lass mich mal nicht von hinten, alter Typ! Oh, der Mettler hab schon mal richtig abgeschlossen! Profi, der feilt da rüber, als wäre das gar nichts. So schwer ist das Rasieren auch wieder nicht. Dann kommt der nun unter der Dusche, an den Bauch drücken, weg und dann. Auf der Eier hier wird die Scheißkacke. Ich wollte schon immer mal eine richtige Fleischkacke haben hier. Fleischmütze. Ja, und so gut wie ich das jetzt ablutsche, ist es auch in Ordnung. Nee, das schluchte ist schon feier hier. Die Scheiße, da hat die gejuckt und gekratzt und gemacht und getan. Was soll ich denn noch alles machen? Nicht mit der Klinge. Ja, ja, nee, ich komme da nur ein bisschen raus. Da bin ich schon. Jetzt ziehe ich das hier durch, als wäre das warme Semmel, weil das hier abging. Und es ist besser noch, wenn ich Glatze habe. Weil ich muss das nicht haben damit, die Scheiße. Das waren ja Klatten, die waren schon krass. Irgendwie langweilig. Die haben hier, die waren lang, was? Die waren lang, ja. Die waren lang einfach nur. Und die musste ich abkriegen. Die waren lang, als wären sie komplett. Die hätte ich mit der Arschhaare fast zusammenknoten können. Das kannst du glauben. So scheiße, wie das da drauf war. Die Kacke. Das muss ich nicht haben. Was soll denn noch passieren? Dass die noch länger werden? Dass sie bis zum Moskauer Dom reichen? Nach Indien? Nach Indien reicht völlig aus. Nach Indien? Darf ich mich selber mal hier so... Oh, aber lass doch. Ich hab hier mal voll die Scheiße hier. Warum? Warum passiert mir das nur? Hier im Café. Und es ist doch nicht mehr normal. Das hat hier nicht... Na funktioniert nicht. Jetzt geht der Bänger auf. Jetzt kommt eine Bänger-Rasur. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist nun so... Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin so glücklich. Ich muss nur noch mal versuchen, ich habe es schon mal einen. Ich weiß, dass ich einen Radier mehr so mache. Ich werde das noch nicht schön lecker. G-Mega G-Mega, ich schreibe Was ist der G-Mega? Was ist der G-Mega? Schreibe G-Mega 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 WePs행 G-Mega 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017